Guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Wir treffen uns ein zweites Mal hier im Lesesaal von Archiv und Bibliothek und ich habe euch ein neues Buch herausgeholt aus dem dunklen Depot, wo es sonst steht. Es ist dieses Buch, Fridolins, Harle Kinder aus dem Jahre 1926. Deswegen ist es alt und die Schrift auch etwas verwunderlich. Eine solche Schrift kennt ihr nicht, es ist Sütterlin, Schreibschrift Sütterlin. Also, ihr könntet es nicht lesen, aber im Katalog findet man den Text zu dem Buch, was ich euch vorlesen werde. Weil es so alt ist, kommen auch ein paar Passagen vor, wo man sich verwundert. In einem Reim, und dann passt nur gut auf, an welchem es passiert, wird den Kindern Hiebe angedroht. Also, haue Dresche. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist heute verboten. Zum Glück. Aber jetzt, würde ich sagen, fange ich mit der Geschichte an. Fridolins Harle Kinder. Eine Geschichte, die Walter Trier illustriert hat. Und Walter Trier war ein sehr, sehr bekannter Illustrator. Ihr Kinder, reicht mir eure Hand. Jetzt geht's ins Harle Kinderland, wo alles froh und alles bunt. Der Mensch, die Häuser und der Hund. Wo bunt man tanzt und bunt kutschiert. Und alles, alles ist kariert. Hier seht ihr schon den Markt der Stadt, die lauter bunte Karus hat. Dies ist die Harlekin-Fasson, das Postgespann, der Luftballon, der Bürgermeister und die Mume, die Marktfrau und die Sonnenblume. Die Schulzeit ist die schönste Zeit. Man wird in vieles eingeweiht und wächst heran im Schulbetriebe, kriegt manches Lob und manche Hiebe. Streng blickt der Lehrer und er fragt, hier wird doch wohl nicht vorgesagt. Doch ist der Unterricht vergangen, so sieht man erst, wie keck die Rangen. Man tollt im rechten Fliegelalter, wild um die Wette mit dem Falter. Der eine zeigt uns gar die Zunge, pfui, pfui, das tut kein braver Junge. Hier kommt die Maske mit dem Wanst, die Stadtkapelle angetanzt. Von weitem hört man schon die vier, die Hörner, das Karierklavier, die Pauke mit gedämpften Krachen, bumm, bumm. Die Harlekinder lachen. Ein bisschen Tanz, ein kleiner Ball ist jedes Harlekindesfall. Sie sind so Harlekinder froh und schreien, holdriho. Wenn so ein Reigen gut geklappt, das haben sie so aufgeschnappt. Ha, ha, hu, hu, hi, hi, ho, ho, im Luftballon ist jeder froh. Bunt ist der Korb, der Stoff ist bunter. Man blickt auf alle Welt herunter. Herunter auf das Stadtgefiert, so bunt, so winzig, so kariert. Doch nun kommt weiter mit und seht, fünf Mägdelein hier in einem Beet. Lisette, Lene, Lotte, Lise und Lola tänzeln auf der Wiese. Und jede fragt, auch Frank und Frei, ob nicht grad sie die Schönste sei. Der Vater singt die Kinder ein, nur eins von ihnen hört man schreien. Will es, dass man dem Bauch ihm wasche? Sehnt es sich nach der Nuckelflasche? Es schreit mit kläglichem Gesicht. Warum? Papa begreift es nicht. Wie bunt der Zoo ist, seht ihr hier. Denn Karus trägt ein jedes Tier. Sie sehen so ganz anders aus, nicht wahr? Wie die bei uns zu Hause? Sind nicht so fällig und so wollig wie unsere Tiere. Ach, so drollig. Hier wirft der Harlekin die Angel. An Harlekarpfen ist kein Mangel. Doch fängt er wenig in der Regel. Sanft bläst der Wind die hellen Siegel. Die Angel kennen Barsch und Hecht. Und meiden Sie, Sie haben Recht. Der Harlekönig meiner Seele wird plötzlich gnädig und fidel. Das Wasser läuft ihm schon im Munde, denn Harlekin bringt frohe Kunde. Es gibt, ihr habt es wohl erraten, heut bunt karierten Gänsebraten. Heute ist Parade Truppenschau. Der Hauptmann hat sie rot und blau und gelb im Karo aufgestellt. So stehen sie grad, Held an Held. Mit Mütze, Tasche, Scherpe stecken. Es ist verboten, sie zu necken. So, das war unsere zweite Lesezeit. Ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid und wünsche mir, dass ihr auch beim nächsten Mal so gesund und auch wieder sehr neugierig sein werdet. Lasst es euch gut gehen. Tschüss, bis dahin. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.